Ja, ja, ja. Das ist klassisch für die rivals. Also eigentlich wollte wir Thomas Rappen, aber das geht gar nicht, weil wir können das nicht, wir wollten etwas Klassisches. Wir können nicht mal lesen. Singen, okay! ... ... Avea, Avea, Avea! Jetzt... Das ist gut. Alright. 1 Jungs, scheiß drauf. Wir machen was anderes. Okay, 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 okay. Und wenn viel war, was Bier war, aus kaum, hast mir angecheckt Nach der zweiten Diplom gingen wir alle ins Bett Einen Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret Vor allem die Verlotschie war ne riesen Rackett Du hast im Bett gejagt und zieht mit dem riesen Herz im Haken Hast du bewiesen, dass du bereit bist für den Alltag? Du musst das Wochen putzen, und wir haben viel gelernt Und den Sex auf die Verfragen, wie man richtig wieder macht In den Danzig angekommen, waren wir alle fast benommen Auf der Stadt, schon in den kleinen Haus, eh es nicht weggekommen Was danach geschah, ist nicht mehr interessant Doch wir hatten uns und zwar, für diesen Kandelang Es war so lustig und es passiert dem anderen Du sollst es dich daran erinnern, dein ganzes Leben lang Bist du dir sicher, dass der Richtige ist? Bist du dir sicher? Dass der Richtige ist? Fert du dir sicher! Erst wird das wunderbar? Ja klar, der Schicks ist eine große Taubheit Thomas Merrick Thomas Merrick Thomas Merrick Thomas Merrick Thomas Merrick Thomas Merrick Viva Sie haben seit den Dauerskis Hallo Gäste Alles klar? Klar, es war ein Traumstaug und ihr Tag Und wir wollen euch erzählen, was das Lied der Gäste ist. Die Zukunft und das ist mit der Kiste. Na Moment, was geht? Wir sagen es müssen, wie geht's. Vor langer Zeit hat Perry ihn den Kopf vertreten. Er traf die junge Frau und sie hat ihn mitgefahren. Und am Samstag in der Ember Bär, die sie in den Kopf kreit. Er stand so da und er fühlte sich als Held. Wir geben zu, er hat getan unser Geld. Ich hab viel Spaß gehabt, viel gelacht und ruhig gemacht. Das Lied der Gäste, die wir machen. Hallo Gäste! Alles klar? Hallo Gäste, hallo alles klar, es ist schon wieder Samstag und monatliche Tag. Heute Morgenfangstag, hier Zerp was zum Lied der Gäste. Jetzt inОn Kuhum zu sitzen. Da Moment was geht? Wir sagen es macht's okay. Vor langer Zeit hat Mary ihn in den Kopf verdreht Er traf ihm ne Frau und sie hat den Glück gefragt Und am Samstag in der Ember war diese Erde Kockenknall Sie standen so da und er fühlte sich als Welt Naja, wer ihm zuhört, getan hat's für ne Geld Hat sich viel Spaß gehabt, sie gelangt, sie rumpelt Hat sich noch mal getroffen und die Nacht zusammen verbrach Sie gingen auch ins Kino, das Leben war nicht interessant Sie trafen sich ständig, haben die Folgen an der Karte Marie ist so elegant und sie hat auf alle Hand Und an Thomas fand sie sich am Matrobate um ihre Hand Und du bist sicher, dass er denn Richtige ist? Und du bist sicher, dass er denn Richtige ist? Seid ihr euch sicher? Es wird auch wohl wieder wahr Ja klar, denn schließlich seid ihr von der Traumfahrt Wie war Mary, Thomas, Mary, Thomas, Mary Wie war Thomas, Mary, wie war Mary, Thomas, Mary Wie war Mary, Thomas, Mary, Thomas, Mary Du warst von den Moronskis Ja klar, ja, jetzt hat die beiden viel gemeint Aber ob das sind die beiden nicht, dass er da rein saugt Hey, die haben wir auch auch sein, Alter? Äh, jetzt sind sie rot Ja, ich hab' mir gedacht, du warst von den Moronskirchen auch nicht Viel Spaß noch, danke, noch eins ganz viele Fragen Ja, so kann Marie doch immer nur ecke Kleider dran Wem sagst du das, schau dir die Teile an? Lässt sie den Thomas und dein Koch noch nicht dran? Hey, oder? Thomas, ein Hodenproblem Ey, nein, den Hoden, da könnte man sein, nicht versteh'n Und jetzt ist er kräftig, stark und auch charmant Ähm, Moment mal, ey, siehst du das wohl? Keiner? Wo? Na das da, unter dem Hochzeitsfleisch Was? Nein, das ist doch vom Riesengefägen Was? Seh' ich ja nicht Und wieso auch immer warten? Ja bald, wenn du manchmal sein Geheimnis erraten Und Kiddies, Kiddereggen, essen wir 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 Und Kiddereggen, essen wir